Meghan Marko hasst Kesseren, die Prinzessin von Wills, aus unzähligen Gründen. Wir wissen das, seit die ehemalige Schauspielerin Prinzessin Kate auf der Bühne erwähnte und davon ausging, dass sie beste Freundinnen sein würden. Nun, das sind sie nicht, und sie würden es auch nie sein. Es gibt eine seit langem bestehende Theorie, dass Meghan Katharina hasst, weil die Prinzessin von Wills mit Prinz William verheiratet ist. Während dies durchaus möglich ist, ergibt sich eine andere Möglichkeit, die tiefer in der Bevölkerung verankert ist. Was wir damit meinen, ergibt sich daraus, wie beliebt die Prinzessin in der Welt ist. Wenn ihr etwas zustoßen würde, würde sie große Trauer auslösen. Meghan Marko ist das völlig egal. Warum? Weil sie diejenige sein möchte, die geliebt und bewundert wird. Sie möchte das Oberhaupt der britischen Monarchie sein. Sie, oder besser gesagt Harry, würden nie höher als auf dem vierten Platz hinter Prinz Louis stehen, der in der Thronfolge seinem Bruder und seiner Schwester, Prinz George und Prinzessin Charlotte, folgt. Stimmt, Leute, die Sussexes haben den Rang unter den Kindern. Meghan hasst Catherine genauso sehr wie sie, weil die Prinzessin von Wills eines Tages ihre Majestät Königin Catherine werden wird. Marko wird, nun ja, Mrs. Sussex sein. Sie verbreitete zu viele Gerüchte über Prinzessin Catherine, um ihren Ruf zu schädigen, insbesondere in letzter Zeit, als sie plante, BR-Experten einzustellen, die ihr helfen sollten. Sie nutzte ihre Tricks in einem Sussex-Squad, um eine Opfermaske in die Schlagzeilen zu bringen. Meghan's Seite hat Gerüchte verbreitet, dass Catherine von ihren königlichen Pflichten zurücktreten wird, wenn Meghan erwägt, zur königlichen Familie zurückzukehren, um den Job einer Schwägerin zu übernehmen. Harry erwähnte das Angebot dem König bei ihrem kurzen Treffen in Clarences Haus. In einem neuen, bombastischen Bericht von Meghan heißt es, dass Kate Middleton Berichten zufolge erwägt, von ihren königlichen Pflichten zurückzutreten. Berichten zufolge hat Kates Entscheidung ihre Ehe mit dem wartenden König Prinz William und die Monarchie erschüttert. Den Bericht zufolge hat sich Kate angeblich noch nicht offiziell entschieden, die 42-Jährige verschiebt jedoch immer wieder den Termin, an dem sie ins öffentliche Leben zurückkehren wird. Sie verbrachte Wochen damit, sich nach ihren Operationen aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, und das bestärkte sie nur in ihrem Entschluss, aufzuhören, fügte die Quelle hinzu. Kates erstes offizielles Engagement war Berichten zufolge für die Trooping-Dekaler-Zeremonie am 15. Juni geplant. Fast fünf Monate nach ihrer Operation, aber das wurde abgesagt, ohne dass bekannt gegeben wurde, wann sie zur Arbeit zurückkehren wird. William sei außer sich über ihre Entscheidung, teilte die Quelle der Verkaufsstelle mit. Er ist verblüfft, dass seine Frau jemals über einen solchen Schritt nachdenken konnte. Er sorgte dafür, dass sie wusste, worauf sie sich einließ, als sie ihn heiratete, und sie hat hervorragende Arbeit geleistet. Die Quelle fuhr fort, er befürchtet, dass sie emotional instabil wird, aber sie besteht darauf, dass sie endlich klar sieht. Die Sars-Exes haben ein Beispiel für die Flucht aus der Firma geschaffen, sie haben ihr gezeigt, dass es eine Alternative dazu gibt, darin gefangen zu sein. Gerüchten zufolge soll Kate's Entscheidung ihre Ehe mit dem wartenden König-Prinz William erschüttert haben. Kate wurde als Bösewicht dargestellt, als Diskriminierin, die die Hautfarbe von Megans Sohn Archie vor seiner Geburt in Frage stellte, die Meghan vor einer Hochzeit zum Weinen brachte und die sich alle Mühe gab, nicht freundlich zu sein. Diese Geschichten werden niemals verschwinden, was einer der Gründe ist, warum Kate in den Ruhestand gehen möchte, schloss die Quelle. Die Charles sind das Volk, das sich rühmt, der Falle entkommen und die Freiheit gefunden zu haben. In diesem Artikel wird nun behauptet, Kate sei eifersüchtig auf ihre Flucht und wolle es ihnen nachmachen. Ratet mal, wer dieses Stück geschrieben hat. Die selben Leute, die bereit waren, die königliche Familie zu besuchen und um einen Job zu bitten, um wieder für die Familie zu arbeiten. Meghan Marker erfindet also wieder Fantasien in ihrem Kopf. Ihr Standpunkt ist sehr klar, Catherine tritt zurück und William fläht Meghan und Harry an, einzugreifen, was Meghan quasi die Rolle einer Prinzessin von Wales gibt. Sie ist so transparent. Ihre Eifersucht ist überall. Prinzessin Catherine hat seit dem ersten Tag Ostern gesagt, was noch zwei Wochen entfernt ist. Warum versucht Meghan also, diese Blödsinsgeschichte zu erzählen?